So, dann fahren wir mal hier die dicke Nordschleife, und zwar mit dem McLevin 12C GT3. Los geht's! Mh, das wird witzig! Alter, ist das ein Teil! Wird denn hier Scheinwäsche angemacht, ehrlich? So, dann wollen wir den gleich mal richtig treten hier. Boah, Alter! Ok, jetztuya, kommen wir mal auf! Wird etwas, du hast. Wird etwas, du hast. Wird etwas, du hast. Das war! Bisschen! Wird etwas, du hast. Redaktion Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 200, ey! Und das ohne Lenkhilfe, Bremshilfe und ohne Ideallinie. Ich mag es halt realistisch. Boah, alter! Man, alter ist ja richtig spritzig, alter! Oh, alter! So, sick! Oh, alter! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Alter, das hier Bodenwellen, ey. Alter, das hier. Oh, yes, Alter. 250. Alter, jetzt drückt er, richtig. 273. Jetzt drückt er 276. 277, Alter. Der hat richtig so... Na, ey. Eieiei. Alter. Puh. Na, wirklich Dank. Sie muss auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Also haut da rein. Eieiei. 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 Vielen Dank.